Vorarlberg muss die chancenreichste Region für Kinder werden. Wir entwickeln kreative Maßnahmen für eine gute Bildung der zukünftigen Fachkräfte. Zukunft fängt mit Bildung an und gerade deshalb ist Bildung beim Diskurs Zukunft ein zentrales Thema. Doch gilt es, viele Probleme zu lösen. Als da sind fehlende Grundkompetenzen nach der Pflichtschule, zu wenig Bedarfsförderung, zu wenig Wertschätzung für Bildung und Lehre, zu wenig neue Lerninhalte, veraltete Unterrichtsmethoden, mangelnde Miteinbeziehung von Schülern. Deshalb war immer wieder zu hören, dass es eine starke Partnerschaft zwischen Schule, Eltern, Schülern und Wirtschaft braucht. Konkret wurde gefordert, FH-Angebote breit zugänglich zu machen, Bildungspfade für alle Altersgruppen aufzuzeigen und die moderne Lehre breit zu unterstützen. Bildung ist ein Menschenrecht. An dieser Stelle eine Auswahl der Leuchtturmprojekte der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die E-Messe, die Vorarlberger Ausbildungsmesse, bietet auf über 11.000 Quadratmeter Informationen zu über 80 Lehrberufen und 10 Schultypen. Mit dem Bildungsforum setzt die Wirtschaftskammer bereits 2013 einen ersten starken Impuls, wie die Schule der Zukunft gelingen kann. Mit prominenten Referenten im vollbesetzten Festspielhaus. Ich möchte, dass der Beruf des Lehrers aufgewertet wird und dass man versteht, dass Lehrer ein künstlerischer Beruf ist. Ein künstlerischer Beruf, jemandem etwas beizubringen, ist eine hohe Kunst und als solche sollte sie gesehen und trainiert und geschult werden. Bildungspakete am Puls der Zeit. Der digitale Strukturwandel aller Lebensbereiche hält auch in Vorarlberg Einzug und hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt. Für alle entstehen neue Anforderungen und in vielen Branchen sind die Veränderungen bereits spürbar. Der Digital Campus Vorarlberg bietet deshalb spezifische Bildungsprogramme für alle. Der ideale Ort für jeden, der in die digitale Welt eintauchen will. Der Digital Campus Vorarlberg bietet berufsbegleitendes Studieren und Campus Lifestyle in modernen Kurs- und Multimediaräumlichkeiten in Feldkirch und Dornbirn, im Umfeld der digitalen Startup-Szene und mit Zugang zum Netzwerk renommierter Technologieunternehmen Vorarlbergs. Weiterbildung neben dem Job. Die Duale Akademie ist eine völlig neue Ausbildung, die in enger Abstimmung zwischen der Wirtschaft und verschiedenen Bildungseinrichtungen entwickelt wurde und die im Herbst 2019 starten wird. Damit wurde eine weitere Ausbildungsschiene für topqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zukunft geschaffen. Diese Ausbildungsakademie ist in dieser Form neuartig und richtet sich speziell an Maturantinnen und Maturanten. Ökologie und Tourismus aufeinander abstimmen in gemeinsamer Strategie. Campus R, Campus der Regionalität Vorarlberg. Die Idee dahinter, die Schulkörper BSBZ, LBS und GASCHT zu einem vitalen Bildungszentrum zu vernetzen. Das bedeutet eine Verschmelzung der Themen Landwirtschaft und Tourismus. Das stärkt die Aus- und Weiterbildungschancen und die landespolitischen Initiativen im Rahmen der Ökoland- und Tourismusstrategie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017